Wird Ihnen präsentiert von Dein Messestand. Angebote für Messebau. Die zwei Schwerpunkte dieses Jahr sind LED-Up, ein Display, das in der Größe wie Roll-Ups arbeitet, aber eben LED beleuchtet ist, in Größen von 85 bis 100 cm Breite bis 2,45 m Höhe und den größeren Bruder BigLight-Up. Das Wesentliche daran ist, dass wir heute Verbindungsteile geschaffen haben, dass wir neue Kojen-Bauteilelemente geschaffen haben und vor allem auch die Wireless-Verbindung, die es erlaubt, eine einfache Steckverbindung ohne Kabel herzustellen. Dadurch muss ich kein Kabel suchen, ich kann sie auch nicht irgendwo verlegen, ich kann sie nicht vergessen und ich habe eine sichere Verbindung, die immer stabil ist. Auch wenn das System sich leicht verwindet, haben Sie hier drinnen immer eine komplett stabile Stromverbindung. Sie können im BigLight-Up-System an verschiedenen Positionen, die Sie wählen können, eine Fernsehhalterung einbauen und den dementsprechenden Fernseherparator punktgenau positionieren. Einfach und ohne Werkzeug. Und ein ganz wesentlicher Teil ist auch die Verpackung. Dass die Verpackung so gestaltet ist, dass es leicht zu transportieren, leicht zu versenden, leicht zu lagern und auch beim Abbau eindeutig ist, dass ich alle Teile in der Box drinnen habe, einfach zu beschriften und ein gewisses Ordnungssystem reingehalten werde.